Kai B. hat eine Rechtsschutzversicherung, die nun schon zum zweiten Mal den Versicherungsschutz abgelehnt hat. Erst war ihm vorgeworfen worden, an einer vorsätzlichen Körperverletzung beteiligt gewesen zu sein. Nachdem das Ermittlungsverfahren gegen ihn eingestellt worden ist, hat der Geschädigte unter anderem auch ihn auf Schadenersatz verklagt, sodass er sich gegen die Klage verteidigen muss. In beiden Fällen hat die Versicherung abgelehnt, die Kosten zu übernehmen. Wozu hat er denn eine Rechtsschutzversicherung? Die Rechtsschutzversicherung gehört schon durchaus immer noch zu den wichtigsten Versicherungen, die in jedem Haushalt vorhanden sein sollten, auch wenn es hier vielleicht ein bisschen schwierig erscheinen mag. Sie sichert immerhin die wichtigsten Risiken, die so im alltäglichen Leben vorkommen, ab. Arbeitsrecht, Mietrecht, alle zivilrechtlichen Streitigkeiten, aber sie sichert eben nicht alles ab. Alles kann man nicht über die Rechtsschutzversicherung versichern. Hat denn die Versicherung hier zu Recht abgelehnt, die Kosten zu übernehmen? Vermutlich ja, weil die Risiken, um die es hier geht, die gehören in der Regel zu dem Bereich, der in der Rechtsschutzversicherung nicht darstellbar ist. Wieso nicht? Ja, die Rechtsschutzversicherung sichert, wie schon gesagt, verschiedene Risiken, viele Risiken aus dem alltäglichen Lebensbereich ab. Was sie nicht kann und was sie nicht will, ist das vorsätzliche Verhalten des Versicherungsnehmers in diesen Versicherungsschutz einzubeziehen. Die Körperverletzung, um die es hier geht, die soll ja vorsätzlich begangen worden sein. Das ist hier sicherlich erstmal nur der Vorwurf. Es gibt Rechtsschutzversicherer, die treten erstmal ein, auch wenn es so einen Vorwurf des vorsätzlichen Verhaltens gibt. Prüfen das aber im Nachgang nochmal, wenn sich das tatsächlich als vorsätzliches Verhalten herausgestellt hat, also wenn sozusagen eine rechtskräftige Verurteilung erfolgt wegen einer Vorsatzhandlung, dann fordern die die Versicherungsleistung, sprich die Kosten, die sie verausflagt haben, zurück. Und es gibt andere Rechtsschutzversicherer, da muss man dann in seine Versicherungsbedingungen mal hineinsehen. Die decken erst gar nicht, also selbst dann schon nicht, wenn der Vorwurf da ist, es soll vorsätzlich gehandelt worden sein. Hier ist es der zweite Fall, der denselben Ausgangspunkt hat, denselben Ausgangssachverhalt. Hier geht es um die Abwehr von Schadenersatzansprüchen. Das kommt hier also noch dazu. Die Abwehr von Schadenersatzansprüchen, die ist in der Rechtsschutzversicherung überhaupt nicht darstellbar. Die gehört in den Bereich der Haftpflichtversicherung rein. Wenn man dann selber geschädigt ist und man selber Schadenersatzansprüche gegenüber dem Schädiger geltend machen will, dann ist dieser Rechtsschutz wieder gegeben und die Geldmachung, die Kosten, die damit einhergehen, die sind dann auch versichert. Versichert ist natürlich auch der gesamte Bereich, wenn das der typische Fall der sogenannten Familien- und Verkehrsrechtsschutz versichert ist, des Arbeitsrechts, des Mietrechts, Streitigkeiten aus dem Kaufrecht zum Beispiel und das ganze Zivilrecht. Also sollte KIB demnach nicht kündigen? Sollte er meines Erachtens nicht, denn auch andere Rechtsschutzversicherungen würden in diesem Falle den Versicherungsschutz ablehnen? Das ist also keine Besonderheit bei seiner Versicherung, sondern das wäre bei allen Rechtsschutzversicherungen so. Viele haben, wenn sie denn gekündigt haben, den fehlenden Versicherungsschutz später schon bereut, haben gedacht, naja, ich habe bisher so viele Jahre in die Versicherung eingezahlt, habe das nie gebraucht. Kündigen dann und dann kommt doch irgendwann mal ein Fall, wo es um eine mietrechtliche Streitigkeit geht, wo es um eine Kündigung geht oder wo ein Unfall passiert mit Verletzungen, wo man Schadenersatzansprüche geltend machen will und das kann nicht unerhebliche Kostenfolgen haben und dann ist es doch gut, die Versicherung eben noch zu haben. Frage und Antwort Ulrich B. ist schwerbehindert und darf im Regelfall in allen öffentlichen Verkehrsmitteln kostenfrei fahren. Die örtliche Verkehrsgesellschaft verlangt aber beim sogenannten Linientaxi einen Zuschlag in Höhe von 70 Cent. Ist das rechtens? Ja, es handelt sich hier um das sogenannte Anrufsammeltaxi. Bei dem Anrufsammeltaxi ist selbstverständlich die Beförderung, so wie das für Schwerbehinderte im Gesetz vorgesehen ist, kostenfrei. Beim Anrufsammeltaxi besteht allerdings die Besonderheit, dass der Ausstieg ja überall möglich ist, sozusagen der Transport bis vor die Haustür erfolgt und dafür gibt es eben einen Komfortzuschlag, das sind die 70 Cent und die sind eben auch für den Schwerbehinderten nicht kostenfrei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017